Nein, wir gehen nicht auf das Schiff, ja? Keine Sorge. What the f***, man? 3, 2, 1. Ich bin tot. Rein, 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 rein. Witz, au, au, au. Nein, wir gehen nicht auf das Schiff, ja? Keine Sorge. Mach das, geh mal runter, das ist so funktioniert. Da ist ein Squats, weiß Squats. Da rechts sind Waffen, glaube ich. Aber ich treffe irgendwie nichts, oder habe ich jetzt gerade die ganze Zeit... War die ganze Zeit kein falschen... Ja, natürlich, sonst noch Wünsche, Alter. Ich bin runter, ich bin runter. Ja, ich bin auch untergesprungen. Aber dieser Hook funktioniert echt gar nicht. Wir müssen die zwingendst überarbeiten. Na, scheiße, die sind überall schon Gegner. Hier sind Gegner, Ralf. Ja. Hier auch, wenn der Ding ist. Ja, das, äh, dabei war das. Ich komme mal mit rein zu dir, mach mal... Lass mich rein, lass mich rein. Ach, die Tür ist ja. Ich heil mich gerade. Ja. Oder halt du, ist auch in Ordnung. Hier ist jemand. Wo? Hier an der Tür direkt. Der hat die Tür die ganze Zeit aufgemacht, ich habe hier rausgeblockt. Wer steht da hinten? Mach die andere Tür gleich wieder zu. Einfach die Tür dicht halten. Also machen wir das jetzt so, dass wir uns hier jetzt einfach hinstellen und die ganze Zeit die Türen ziehen, ja? Ja, ja, lass uns einfach einsperren. So versucht wird das Spiel zu erleben. Lass uns mal lassen. Einfach dahinter stellen, sodass die Tür nicht aufgehen kann. Stell dich in die andere Ecke, genau. Der steht hinter uns. Der steht links. Der steht rechts von mir. Links von dir. Halt du die Tür. Weißt du was wir jetzt machen können? Wir können jetzt theoretisch die Tür aufmachen und ich hau meinen Grappling Hook raus. Da ist er! Da kommt er! Kleiner Spast. Hebt er noch? Ja. Ich mach ihn kaputt, warte. Hat er mich denn in der Nähe? Ja, ich mach ihn kaputt, warte. Ich mach das. Wow, links! What the fucking head? Hat er mich denn in der Nähe? Ich bin jetzt gerade umgekickt. Pass auf die Puschen. 3, 2, 1. Ich bin tot. Rein, 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 rein. Hast du die Tür zu gemacht? Ja. Achtung! Mach die Scheiße hier zu! Ja, jetzt kann man nicht dabei sein. Fuck ey. Wer hätte sein... 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 Ich komm dann!